Hey ho Leute, willkommen zur nächsten Runde von Day are Billions. Wir machen weiter und sind immer noch dabei hier unseren Weg freizuschießen quasi. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Platz zum Bauen. Aber kein Essen mehr. Yikes. Strom ist noch okay. You are going to pay me for this, right? You again? What? Attention. Commander? Come on. Come on. Oh, more orders. Wir müssen weiter raus pushen. Kommt schon. Sorry, Sir. I was cleaning my weapon. And my tax? What? What do you want now? So, das ist okay. Okay. 190 haben wir. Wir haben kein Essen mehr. Damn it. So. Die Farm wird noch erforscht. Da können wir leider nichts machen. Ah, die wollte ich noch nicht wegnehmen. Die wollte ich. Zack, zack, zack. Also tot. Äh, vom Osten. Oh, 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 oh. Wir brauchen hier einen Soldaten. Tja, von Osten. Das ist jetzt von hier. Das wäre natürlich blöd. Ich werde mal was Dummes machen. Ich mache mal hier kurz zwei Türme hin. Einfach nur zum Safen. Okay, vielleicht können wir hier zumachen. Das sieht ganz ordentlich aus. Das besser wäre gut. Du wieder. Gotcha. Jetzt müssen wir erst mal gucken, von wo die... Ach, Osten ist ja hier drüben. Ups. Na, dann kommen sie auf jeden Fall von hier oben. Äh, dann haben wir das schon mal. Dann werden wir mal hier jetzt nicht rauspushen, sondern gehen mal zurück. Wir lassen mal einen hier. Für den Fall, dass hier irgendwie so ein Push kommt. So, hier machen wir die zwei Dinger hin. So, dann kann eigentlich keiner durchkommen. Hier war wir eventuell. Das lassen wir mal offen. So, die stellen wir hier hin. Und dann ist sie hier quasi der Köder. So, aber bevor wir das machen... 58... 46... So, wir müssen gucken, dass wir hier noch so viel wie möglich hinkriegen. So, theoretisch könnten wir da noch eine hinmachen. Okay. Ja, das ist einfach nur der Rückzugspunkt hier. Great idea. No, I'm just kidding. No, I'm just kidding. Okay. Oh, da sind auch noch mehr Batterien. Sehr cool. Okay. So, die müssten jetzt hier eigentlich gleich kommen. Yes. Great idea. No, I'm just kidding. Okay. Attention. Building completed. Aber wie gesagt, sie ist der Köder. Okay. Building completed. Vote for your mayor. Einheiten Lebensregenerierung. MacGyver weiß, wie man etwas aus dem Nichts macht. Ja, wir kriegen einen Steinbruch, aber es bringt nicht viel und der verbraucht ziemlich viel Strom. Eine höhere Einheiten Lebensregenerierung. Ist doch ganz cool. Da kommen noch mal ein paar. So, das müsste eigentlich reichen. Nice. Ups. Speichern. Immer gut. Okay. Okay. Gotcha. So. Ich glaube, die lasse ich mal drin und die anderen auch gut. Die ist hier einfach nur ein Sicherheitspunkt quasi, dass sich hier keiner durchsneakt. Und alle anderen schicken wir wieder los. Quasi die Map aufräumen. So, wir haben 200, das heißt, wir können den Markt bauen. Na, der kommt leider hier hinten an die nicht ran. Schade. Aber es ist egal. Ein Steinmetz. Wir können das Ballister mal bauen. Ja, alles gut. Kommt klar. Kommt klar. Ja. So, hier ist auch jemand drin. Das ist okay. Wir gehen mal trotzdem hier lang. Just tell me what to do. Oh Gott, hier sind ein paar... ...doch zu starke Einheiten. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar mehr... ...Soldaten. Bevor wir hier vorwärts gehen. Das heißt, Soldat, Soldat, Soldat. Der kommt hier auf jeden Fall gut lang. Den machen wir hier hin. So. So. So, Markt ist gleich fertig. Dann machen wir das hier mal einfach ein bisschen verbessern. Und ein bisschen mehr Gold kriegen. Strom haben wir immer noch genug. Das ist unglaublich. Ohne noch überhaupt ein Kraftwerk gebaut zu haben. Reporting for duty. Reporting for duty. Okay. Okay. Technologie-Versage. Commander? That will be easy. What? Are you sure? At your service. So. So, der kann nach hier gehen. Wie gesagt, wir haben ja hier einen Safe Point. Jetzt müssen wir uns nur noch mal hier brauchst pushen. Da ist trotzdem extrem wenig Platz zum Bauen, ey. Hm. Das könnte uns noch irgendwie das Genick brechen. So, der hat sich verbessert. Sehr gut. Ich komme mir langsam auch so ein bisschen zu nah am Außenrand. Und ich habe Angst, dass da die ganzen krassen Gegner auf uns warten. Sorry, Sir. I was cleaning my weapon. What? Are you sure? You are gonna pay me for this, right? Na, da sowas zum Beispiel. Tell me. What? Oh. Da, 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 da. Das war jetzt ein bisschen heftig. Shit, ey. Reporting for duty. Just kidding me to the infect. Reporting for duty. Ich denke mal, wir bräuchten doch mal... Units under attack. Ein, zwei... Na. Sniper. Da kommen wir, glaube ich, nicht drum rum. Wir haben extrem viel Kohle. Ein bisschen ausgeben hier. So, kein Holz. Das heißt, wir bauen auf jeden Fall mal noch ein Holzding. Wir haben es hier eigentlich komplett ausgenutzt. Wir können auf jeden Fall hier noch eins bauen. Also, der Platz zum Bauen ist echt mickrig. Aber wir können jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen Stein und so bauen. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt hier noch mal weiter ausbauen. Hier weiß ich nicht so recht. Das bleibt leider nur bei drei. Ist ein bisschen blöd gemacht hier. Hier ist ein bisschen Gold. Das bringt aber nix. Also, hier so ressourcenmäßig haben wir eigentlich mehr als genug. Gucken wir mal nochmal einmal. Wir haben hier nochmal einen 50er. So, Strom ist jetzt aber wirklich langsamer vorbei. Hier geht's leider durch. Oh. So, was hier geht's? Ja. Great. hm ok Hier ist ebenfalls zu. Das heißt, die können wir wegmachen und dann können wir weitergehen. Nice. Okay, dann ist nur hier oben. Ja, mal Gold. Ist auch cool. So, wir machen mal hier die Supergegner angreifen. Dann können die hier lang gehen. Hm, ganz schön dangerous. Aber wäre Schwachsinn, wenn ich jetzt hier zu mache, könnte mich ja hier noch hinbauen, aber... Okay. Äh, wir brauchen Forschung. Das Ding können wir machen. Die können wir verbessern. Und... Steinmetz. Fehlen noch Arbeiter, das heißt, wir verbessern die. Dann bauen wir auf jeden Fall erstmal den Steinmetz. Irgendwohin. Nahrungskiste. Ah, die sind auch neu. Cool, cool. Da müssen wir jetzt echt aufpassen, ey. Piu, piu, piu. Units under attack. So, den nehmen wir auch hier hin. Let's go. All the way. Ready and win. Yes, give me something to shoot. So, Steinmetz. Hier hin oder... Naja, bringt eigentlich auch nichts mehr. Du, 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 du. Du, du, du. Ei, 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 ei. Wir müssen auf diese Harpien aufpassen. Naja, alles gut. So, hier sieht's auch so aus, als wenn's zu ist. So, sagt man, wir haben sie in Nahrung einsammeln. Ja, so, wo machen wir jetzt hier noch einen Cut drin? Ich glaub, das hier zumachen geht nicht, weil wir hier zu nah am Rand sind, oder? Das ist ja blöd. Ah, ich seh schon, hier können wir nicht mehr bauen. Ah, okay. Oh, das ist ja blöd. Wir könnten das hier so zumachen. Aber wie machen wir es hier zu? Boah, ist das schlecht. Hier können wir auch nicht bauen. Das ist ja richtig blöd. Wir gucken hier mal weiter. Okay, wir bauen uns erst mal weiter aus und gucken wir mal weiter, wie was quasi zukriegen. So, wir könnten Mauern bauen, Gießerei, Steinhaus. Wir müssen jetzt aber irgendwie doch mal hier irgendwas zumachen. Schlechte. Äh, das ist ja schlecht. Wie gesagt, hier ist schon, hier ist schon Schluss eigentlich. Wir müssten schon mal eine übelst schräge Mauer bauen. So, hier haben wir nochmal Strom. Und jetzt quasi nochmal die letzten Häuser, die wir noch verbessern können. Ich glaube, eine Lagerhalle wäre eigentlich auch mal gar nicht so verkehrt. Natürlich geht's da durch. Ich glaube, leider, wir müssen so ein paar Barrieren quasi bauen. Und anders kommen wir da irgendwie nicht drum rum. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Wir machen hier erst mal zu. Das machen wir so. Den wollen wir hier aber nicht aufwecken. So, das war's quasi. Jetzt müssen wir langsam wieder mal gucken. Das wollen wir mal ein paar Häuser bauen. Das binden sich ja quasi hier an. Wir haben aber wieder keinen Strom mehr. Also, Vorschlag. Wir machen hier zu. Oder so. Dann können wir halt davor keine Spikes bauen. Ich würde sagen, ich würde sagen, so. Mit einem Türmchen hier drinnen. So, Hauptsache, wir haben jetzt hier erstmal irgendwo einen Cut quasi. Dass wenn jetzt hier die nächste Welle kommt, dass wir irgendwas machen können. Ja, und dann müssen wir jetzt hier richtig dumm bauen. Das ist echt beschissen, ja. Das ist echt beschissen, ja. Building completed. So, wir haben keine Energie. Das heißt, wir brauchen Strom. So. Bauen wir mal kurz hier lang. Dann würde ich vorschlagen, machen wir hier noch einen Cut rein. Einfach nur. Okay, hier Süden. Kriegen wir hin. So, Ballista. Das fehlt. Gold fehlt. Okay. Das ist okay. So, wir schicken die mal hier runter. Das sollte eigentlich klappen. Drei Türme, zwei so eine Ballista und dann haben wir hier überall noch die Typen hier drin. So, haben wir hier noch zum Forschen. Nix, weil wir kein Gold haben. Alles klar. So, müssen wir jetzt hier ein bisschen weiter drumherum bauen. So, dann kommt das hier zu. So, wir müssen uns, wie gesagt, wenigstens einmauern. Dann können wir nochmal gucken, wie wir weiter rausbauen. So, die sind alle hier drin. Hier ist alles vor. Perfekt. Das ist alles gut. Vielleicht nehmen wir noch ein bisschen forschen. Wäre cool. So, wo machen wir hier zu, ist die Frage. So, wo machen wir hier zu, ist die Frage. So, da ist der, wie gesagt, hier haben wir ja auch noch welche drin, die können wir aber erst mal getrost hier rausnehmen. Ach, natürlich kommen die hier nur an einem Fleck. Okay. Na, das kriegen wir aber hin. Piu, piu, piu. Ja, die kommen vielleicht durch die Mauer durch. Das ist nicht so schlimm. So, easy. Das ist doch gut. So, wir könnten uns jetzt ja erst mal einmogeln. Ich würde gerne hier oben nochmal ein bisschen mehr gucken. Ich stelle mal einen von denen wenigstens noch hier hin. Die geht da rein. Mit dem Rest gehe ich weiter hier oben. Erst mal kurz gucken. Und hier. Das ist mal ein Sniper hier in der Mitte drin. Ja, aber eigentlich. So, wir schicken alle nach hier oben. Also, ich würde gerne noch den Chunk hier einnehmen. Hier hätten wir sogar noch Gold. Hier haben wir noch ganz viel Wald. Aber ich muss natürlich irgendwie gucken, dass ich hier es schaffe. Wo, 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 wo. Ja, ich müsste angreifen. Okay, das ist nicht so gut. Wieder auf eigene Faust loszuschicken. Das hier ist auch nicht so klug. Aber da können wir auch schon nicht mehr bauen. Aber wir könnten hier zu machen. Also, das ist doch gut hier. Hier können wir auf jeden Fall dicht machen. Ja, also, bis hier kann man bauen. Das ist auch noch. Das ist ein schönes Tag, um zu sterben. Das ist ein schönes Tag, um zu sterben. Oh, wo kommt der denn her? Und jetzt muss man hier auf jeden Fall noch einen Turm bauen. Und dann ruhig hier noch. Ja, das ist gut. Dann gehen wir mal hier lang. Okay, da oben ist ein dicker und hier ist so ein Spritzvieh. Oh Gott. Gucken, ob sie den dicken schaffen. Ja, das sieht gut aus. Schon wieder so ein Vieh. Oh, ein Glück. Oh, oh. Ich muss angreifen. Oh, shit. Oh, das sind so viele hier. Oh Gott, die Sniper sind viel zu langsam. Okay, das wird hier nix. Oh Gott, da kommt noch so ein Vieh. Hm, hier können wir auch nichts zu machen. Also, hier geht's noch. Wenn das hier nicht zu dick wird, quasi. Hier ist auch ein bisschen blöd. Aber wir müssen hier lang. Haben wir auf jeden Fall noch genug zum Bauen. So, wir machen hier auf jeden Fall nochmal zwei hin. Das können wir reparieren. Schockturm wird geforscht. Durch den Wachtturm. Wir haben ein bisschen wenig Leute. Wollen wir das hier noch verbessern? Hm. So, wir müssen uns jetzt hier mal nach oben bauen, quasi. So, nicht zu schnell nach vorne. Das ist manchmal echt blöd wegen den Dingern. Ich kann da keine Wände und alles drauf bauen. Oh, und Arrows, ich bin bereit. Ich muss mal gucken, hier ist irgendwo ein Gegner. Du hast meine Meinung gelesen. Also, noch da unten. Alright. Let's go. Ja, okay. So, weiter ausbauen. Erstmal machen wir nochmal hier sowas hin. 20 Gold, bringt's jetzt nicht wirklich. Noch ein paar Steine. Toch mal jemand durchgekommen, ja. 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 So, können wir eigentlich zumachen, hier müssen wir nicht hin. So, hier würde ich dann auf jeden Fall einen Shock Tower hin machen. Hm. Oh. Hier geht es wieder. So, die kann hier erstmal rein. Okay, hier ist nix. Perfekt. Kann ich eh nicht über Wände schießen. So, dann machen wir hier einen Shock Tower hin. So, dann geht das jetzt hier weiter. Jetzt müssen wir hier gucken, dass wir hier irgendeinen Choke Point finden. Pam, 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 pam. So, dann geht's. So. Puff, puff, puff. so wir sind schon wieder über der zeit hier drüber können wir noch irgendwas cooles forschen die wollen wir forschen die verbessern wir noch alles klar hier haben wir jetzt noch ein paar bogenschützen die kann erst mal rein dass das wenigstens safe ist also wir haben auf jeden fall jetzt ein bisschen mehr platz zum bauen das sollte eigentlich ausreichen wir sind gut eingemauert da kann auch nichts mehr passieren wir versuchen uns jetzt noch ein bisschen mehr nach oben zu bauen und ich denke mal dann sollten war das eigentlich hinbekommen alles gut dann würde ich sagen machen einfach erstmal alles ein bisschen sicherer und bauen uns weiter aus und setzen hier überall leute rein dass wir wenigstens die nächsten wellen abwehren können dann würde ich sagen bereiten wir uns auf die endwelle vor wir haben schon den 30 tage so allzu lange ist es auch nicht mehr ich bedanke mich erstmal fürs zugucken ich hoffe euch hat es gefallen es sieht ganz gut aus ich bin guter dinge und dann werden wir einfach mal sehen wie weit wir hier noch kommen ich bedanke mich wie immer fürs zugucken wünsche euch noch einen schönen tag und wir sehen uns in der nächsten runde bis dann tschüss